Wir sonst nicht Weltmeister werden können. Auch die in Nordirland gebaute Titanic untergegangen ist. Wladimir Petkovic mit weniger als 1,5 Promille auf der Trainerbank sitzt. Die meisten unserer Stars bei der Hymne vor dem Spiel enorm viel Kraft sparen, im Gegensatz zu den singfreudigen Nordiräen. Wir uns bisher in der Barrage stets durchsetzen konnten. Zugegeben, das war bis heute erst einmal der Fall, 2005 gegen die Türkei, wir sicher seit zwölf Jahren, seit dem Tod von Georg Best, viele Better sind. Wir erfahrener sind. In der Barrage zahlt sich das höhere Durchschnittsalter, 29,5 zu 26,6 Jahre, aus. Ein Land, das keine eigene offizielle Nationalhymne hat, nicht wirklich an eine Weltmeisterschaft gehört. Bei ihnen will Greg nicht dabei ist, und wir Anführungszeichen und faire Anführungszeichen sind. Es den Nordiräen nicht reichen wird, Beton im Strafraum anzumischen. Die Schweiz hat sich in der Vergangenheit schon durchs Gotthard massiv gebohrt. Sogar im GAME-FIFA-18 die Schweiz besser bewertet wird als die Nordiräen. Unsere Nati hat dort vier von fünf Sternen, der Barrage-Gegner nur 3,5. Petkovic 1,81 Punkte pro Spiel geholt hat. Sein Gegenüber nur 1,7. Uns in Belfast zwar die Hölle erwarten mag. Aber wir sind dank Guali Jan Sommer und seinem Besuch beim Papst göttlich gesegnet. Bei Nordirland Yami Wad spielt, und nicht Yami Wadi. Letzterer ist ein englischer Stürmer-Star. Unser Trompeten-Siege den Nordiräen den Marsch bläst. Pat Jennings nicht mehr im Tor steht. Der legendäre Guali und Rekord-Nationalspieler, 119-Länderspieler, ist ja auch schon 72. Unser Nati-Coach aussieht wie George Clooney. Michael O'Neill dagegen eher wie ein nordirischer Kobold. Wie einen Zauberzwerg und die Nordiräne Holzfüße haben. Die Nordiräne-Ehebier lieben, am liebsten Guinness-Schwarz. Das gibt zwar Kraft, aber ist schlecht für Konzentration und Präzision. Sie Mkowfern, Mkkin und Mkowli heißen. Erinnert an Mkdonalds, die mampfen wie auf. Petkovic seine Niederlage in einem Entscheidungsspiel schon als Übkutsch kassiert hat, 2010 in der Finalissima in Basel. Es in Nordirland 160 Tage im Jahr schifft, und die Nordiränen auch heute im Regen stehen werden. Die Nordiränen den russischen Wodka nicht vertragen. Wir eine Rechnung offen haben. In den Direktbegegnungen liegen wir hinten. Das lassen wir nicht auf uns sitzen. Der berühmteste nordirische Sportler, Golfer Rorim Zilroi, bloß mit kleinen Bällen spielt. Unser größter Sportler Roger Federer spielt mit größeren Bällen, und ist auch die größere Nummer. Ihre Nationalflagge nur eine schlechte Kopie von unserer ist. Rotes Kreuz auf weißem Grund statt weißes Kreuz auf rotem Grund. Wir bei St. Jakob an der Biers noch jeden Gegner in die Flucht geschlagen haben. Das Rückspiel im Basler St. Jakob Park steigt, wo sich britische Teams seit Jahren schwer tun. Und im UEFA Cup 1977 setzte sich der FCB gegen Belfast durch. Wer an der Europameisterschaft 2016 prozentual mehr zwei Kämpfe gewonnen haben als die Nordiräen. Wer das Land der Berge und Gipfelstürmer sind. Es Nordirland seit 31 Jahren nicht mehr an eine Weltmeisterschaft geschafft hat. Hat sie jemand vermisst? Das SRF nochmals von einer Weltmeisterschaft mit Schweizer Beteiligung berichten soll, bevor es wegen der Norbilag-Initiative den Laden dicht machen muss. Es schon ein weltbekanntes Trostlieb für die Nordiräen gibt. Boni-Emsingen ja Anführungszeichen Belfast Anführungszeichen und nicht Anführungszeichen Basel Anführungszeichen. Die Nordiräen grün hinter den Ohren sind. 96 Jahre alt, Schweiz über 700 Jahre. Das Geld auf unserer Seite ist. Das Schweizer Kader hat einen Marktwert von 183 Millionen, das nordirische 47 Millionen. Man isst, was man isst. Irisch Steff, das Nationalgericht der Nordiräen, hat nur wenig Nährwerte. Pro 100 Gramm kommt man gerade mal auf 88 Kalorien. Das sieht bei einem Käse von Dur doch gleich viel besser aus. Pro 100 Gramm 253 Kalorien. Nordirland nur 14.139 Quadratkilometer groß ist, also etwa so groß wie die Kantone Graubünden, Tessin und Wallis zusammen. Das Duell der beiden wertvollsten Spieler-Zukunsten der Schweiz ausgeht. Granit Xhaka, 35 Millionen, gegen Juni Evans, 15. Beim Duell der beiden in der Premier League siegte Xhaka mit Arsenal 2 zu 0. Nordirlands Guali Michel Mckhoffern bei seinem Klub in England nur die zweite Geige in der zweiten Liga spielt, Ersatz bei Norwich City. Die Gegner bei Xhaka auf Granit beißen werden. Wir mit 5.630 gegen 340 Kilometer Schienennetz besser im Weichenstellen für Moskau sind. Es in Nordirland mehr Schafe als Menschen hat. 2,1 Millionen zu 1,8 Millionen. Xadhan Shakiri Fahrt aufnimmt, Tor und Assist am letzten Samstag. Eine Nullleistung wie in Portugal. Wiederholt sich nicht. Die Nordiren seit der Teilung von Irland 1921 kein einziges K.O. Duell gewonnen haben. Kühle Lafattila die Hemmung hat. Das letzte Nati-Tor des besten nordirischen Stürmers. Ein Jahr her. Die Schweiz ein starkes Signal setzen, und die Weltmeisterschaft im Doping- und Kriegsland Russland bullkottieren könnte. Wir im Sommer noch nichts besseres vorhaben. Die Nati-Stars in Deutschland, Italien oder England nächste Woche keine dummen Sprüche hören wollen. Ein britisches Team, England, an der Weltmeisterschaft genug ist. Sich Valon Berami von seinem Club Udinese nicht zurückpfeifen lässt, und damit zeigt. Sein Herz schlägt für die Schweiz. Unseres auch.